Willkommen meine Freunde von Fettspielen zu einem neuen Let's Play, heute wieder mit World of Tanks. Und was muss ich sehen? Mein Tank ist ganz schön im Arsch. Hier, da ist nichts mehr, wie es vorher war. Dann gehen wir erstmal hier auf Wartung. Äh, keine Ahnung, was soll das hier? Nee, nicht für Gold. Gold hab ich nämlich überhaupt nichts. Dann nehmen wir das. Äh, dann machen wir mal hier Reparatur, oder? Keine Ahnung, hier zack, drücken wir hier drauf. Das möchte ich auf jeden Fall. So, mein Tank ist repariert. So, jetzt werde ich mal schauen, ob ich hier was verkaufen kann auch. Was haben wir denn hier unten? System, zeige Systemnachrichten an. Niederlage, okay, Reparatur. Alles klar, alles klar. Und ich hab auch einen Haufen YouTube-Kommentare für euch gelesen. Ich konnte das jetzt alles noch nicht in dieses Let's Play bringen, leider. Aber ich werde mir das alles zu Herzen nehmen. Ich denke, ich werde jetzt erst einfach mal ein paar Schlachten machen, um Erfahrungspunkte zu bekommen. Und dann tiefer in die Materie eintauchen. Jetzt lasst uns aber doch nochmal angucken, was hier mit meinem Panzer ist. Ich kann doch hier irgendwie auch auf Upgrades gehen. Da kann ich hier ins Lager gehen. Nee, da sind die... Alles, was ich hab. Ähm, genau. Wenn ich hier guck, zum Beispiel. Das sind meine Geschütze. Das sind meine... Die Munition. Da kann ich hier auf Forschung gehen. Äh, das ist der T1-Panzer. Ja, genau. Und hier kann ich mir auch schon für Erfahrungspunkte, könnte ich mir jetzt ein neues Geschütz kaufen auf meinem Panzer obendrauf. Das ist doch super. Äh, leichter Panzer T1-T6. Genau, das machen wir doch jetzt auch mal direkt. Ich hätte gern einfach mal... Äh, auf jeden Fall hier diese Kanone. Ja. Dann... Und dann direkt hier der M2 Light. Okay. Sehr schön. Und dann können wir auch, äh, glaube ich hier... Achso, okay. Das ist jetzt der ganze Baum, den ich jetzt gegangen bin. Sehr schön. Was bedeutet das jetzt, wenn ich hier 3400 tricken muss? Äh... Lasst mich mal gucken. Infantie, okay. Zusätzlicher Platz kostet mich Standard Munition laden. Das will ich auf jeden Fall. Äh... Ausbildungsschule 75, das kostet 8... Ja, Standard. Kaufen. So. Leichter T1-Panzer Cunningham. Jetzt hab ich irgendeinen Panzer gekauft. Ich hab wahrscheinlich alles falsch gemacht. Aber gut. Man lernt ja immer dazu. Hier würde ich auch gern den Motor noch upgraden. Das mach ich auf jeden Fall. Gehört das dann da auch dazu? Müssen wir gleich mal gucken. Und die Ketten noch. Ja, so. Das sollte dann auch genügend sein. Das bedeutet jetzt immer, dass ich hier noch, ähm... Muss ich das Modul dann noch kaufen? Oder was heißt das? Ah, okay. Alles klar. Damit der noch eingebaut wird, ne? Ja, sehr schön. Das hätte ich ja, äh... Mir auch... So. Ganz gut. So. Jetzt gehen wir mal zurück. Äh... Auf mein... Ähm... Ich hoffe, das ist der... Oh, nein, das ist der hier, oder? Habe ich den jetzt abgegradet, wie ein Verrückter? Äußeres? Nee, nee, ist doch nicht der jetzt gewesen, oder? Ich hoffe, ich habe den hier abgegradet. Kann ich den irgendwie genauer anschauen, irgendwie? Aha, aha. Wo ist denn jetzt mein neuer Panzer, den ich gerade gebaut habe? Oh Gott, ich noob hier so rum. Lass uns mal gucken, wenn ich jetzt hier... Nee, das sind die Standarddinger drauf. Ich glaube, ich kotze. Ich habe diesen Panzer hier abgegradet. Dafür gehöre ich in Bau. Schaut euch das an. Den hier habe ich abgegradet. Naja, man macht auch Fehler. Aber ich habe doch da eine fette Wumme drauf gemacht. Ach Gott, das war extrem schlecht von mir. Naja, ich fahre jetzt mal mit dem. So läuft es halt, wenn man World of Tanks spielt und keine Ahnung hat. Ich hätte da, glaube ich, direkt richtig gucken müssen, ne? Ja, das habe ich leider falsch gemacht. Dafür ist er jetzt fett upgradeet. Jetzt lasst uns mal schauen, was hier abgeht. Ja, man muss auch mal Fehler machen, so wie ich. Das passiert, wenn man nicht die Anleitung genau liest. Naja, jetzt machen wir das Beste draus. Fahren mit diesem arschigen Panzer hier ein bisschen durch die Gegend. Vielleicht schießen wir einfach mal unsere eigenen Leute ab. Keine Ahnung. Jetzt schauen wir einfach mal, was hier geht. Ich meine, ey, das müsste jetzt ja schon ein bisschen stärker sein. Jetzt kann ich euch hier die Lebenspunkte angucken, habe ich gehört. Ah, das ist ja meine eigene. Guckt euch den Panzer an. Was soll das für ein Waffen-Upgrade gewesen sein? Das ist ein Scherz-Upgrade gewesen. Das ist doch keine Waffe, das ist doch ein Scherz-Artikel. Was ist das? Guckt euch an. Ich heule gleich. Ich, Idiot. Egal. Lasst uns losgehen. Los geht's! Zumindest auch mal ein bisschen schneller, oder? Ja. Dann lasst uns mal gucken, was wir hier machen können. Bam. Ich sag, ich sterbe als erster. So, dann nehmen wir das mal hier ein, oder? Das ist eh unser Punkt. So, ja, also schnell ist mein Panzer. Das ist mal nicht das Problem. Oh, 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 oh. Da hinten ist doch schon einer. Ist da schon einer? Wo seid ihr, ihr Gegner? Kommt. Wow! Wow, fuck! Oh, komm, ich hätt ihn doch mal treffen können. Das gibt's doch wohl nicht. Kann ich hier durchfahren? Jawohl. So geht es bei World of Tanks. Gehen wir hier in Deckung? Hier in Deckung? Bam! Nee, das reicht nicht. Oh, 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 oh! Oh, fuck! So, mein guter, ich krieg dich. Ja, sehr gut, habt ihr's gesehen? Fahrzeug zerstört, ich glaub mein eigenes. Okay, dann gehen wir zurück zur Garage. Sehr schön. Schnappen wir uns mal einen größeren Panzer. Zack, wo ist er hier? T1. Zack, ab ins Gefecht, damit hier auch was passiert. Einfach Erfahrung sammeln, ne? Das am Anfang, seht ihr, ich hab jetzt auch ein bisschen Erfahrung gekriegt. Ich muss das jetzt einfach vergessen, was ich für Fehler gemacht hab. Und einfach rein in die Schlachten gehen, ne? Nur das hilft. Nur das hilft. Nehme ich einen Schuh Cola, warte. So, weiter geht's, komm. Nicht verzagen hier, warte auf Spieler. Zack, 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 zack. Ich finde, aus den 29 Sekunden könnten sie auch, ähm, zwei machen. Der sieht doch schon viel besser aus, hier der Panzer, ne? Der ist auch von Grund aus schon schneller. Aber nein, Tim musste natürlich den schäbigsten T1 Cunningham Panzer updaten. Was in mir mal rein gar nichts gebracht hat, ne? Naja, was sollen wir dran ändern? Können wir nichts dran ändern? Jetzt müssen wir mit der Situation umgehen und das Beste draus machen. Und ja, ich werd mir auch die Tipps angucken, die er bei YouTube geschrieben hat. Das sind nämlich einige. So, kommt, kommt. Jetzt geht's hier ab. Jetzt wollen wir mal einen Kill auf unser Konto holen. Das kann ja nicht wahr sein. Jawoll, jetzt geht's ab hier. Ich muss mir mal eine gute Position suchen hier, wie ich die... Jetzt bin ich doch gnadenlos dem Typen da reingefahren. Wie scheiße ist denn der? So, 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 so. Ja, das ist richtig scheiße. So, jetzt stemmen wir uns mal hier hin. Wenn man nicht... Ich hab verstanden, wenn man sich hier in die Büsche stellt und nicht bewegt, dann sehen die einen auch nicht. So, kommt raus, meine Freunde. Kommt raus, kommt raus. Wo sind sie? Die Ruhe... Oh, da hinten ist einer. Ja, ja, komm raus, komm raus, mein Freund. Komm raus, komm raus. Ich krieg dich, ich krieg dich. Dich krieg ich. Ich mach dir mal keine Sorgen. Wo ist er jetzt? Ist er bestimmt da in den Busch gefahren, oder? Wenn ich jetzt schieße, verrate ich meine Position. Das ist das... Oh, da hinten ist einer. Oh, da oben ist einer. Oh, 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 oh. Da oben. Hm, das ist die Frage. Sollte ich diesen Schuss riskieren oder nicht? Was meint ihr? So, und direkt zurückfahren, direkt zurückfahren, direkt zurückfahren. Ja, da kommen nämlich schon die Ersten wieder an und schießen auf mich. Verstecken wir uns mal hier. Wow, 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 was ist da oben los? Was ist da oben los? Der steht ja auf dem Highground. Wenn wir hier durchfetzen, komm schnell, schnell. Vollgas. Vollgas hier durch. Ja, supporten wir mal hier oben den. Da ist keiner, da ist keiner. So, langsam, langsam. Da ist keiner, da ist keiner. Wo sind sie? Ja. Uh, da kommt einer, der ist die Stärke. Jawohl, jawohl, die sind ausgeschaltet. Jetzt fahren wir da hoch. Kann ich irgendwie nachladen? Nein, kann ich nicht. Ich kann hier aber vier Schüsse in Folge abgeben. So, dann müssen wir nachladen. Schnell, 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 schnell. Hier hinten dran verstecken, hier hinten dran verstecken. So ist gut, so ist gut, so ist gut. Hier sind wir in Sicherheit. Hier sind wir in Sicherheit. Oh, 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 oh. Nichts wie weg hier. Außer Gefecht. Oh, 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 oh. Oh, 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 wohin, wohin? Oh, nein. Komm her, komm her. Jawohl, habt ihr es gesehen. Sehr schön. Den habe ich mal ausgeschaltet. Sehr unkonventionell, aber getroffen. So, so, wo geht's hier? Oh, 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 mein Panzerschrott. Mein Panzerschrott. Ja, Mann, ich geb mich auf hier. Jawohl, ihr habt keine Chance. Im Rückwärtsgang! Ja, so sieht's aus hier, hä? Oh, 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 da hab ich mich verfahren. Oh, oh, ganz schlechte Position. Ganz schlechte Position. Dann nehmen wir mal den Rückwärtsgang hier. Uff, das sind meine Kollegen. Ey, Jungs, 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 ich brauch euch. Im Rückwärtsgang finden wir das Heil. Sehr gut, sehr gut. Zurück, 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 zurück. Wo seid ihr, ihr Gangster? Wo seid ihr? Ich krieg euch alle. Ich krieg euch alle. Ja, was war das? Eine Mine? Egal. Das war mal eine richtig geile Schlacht, würde ich sagen. Und, äh, da wir jetzt auch schon zwei Schlachten geschlagen haben, schlechtes Zeug verkauft haben, würde ich sagen, wir machen erstmal Schluss für heute und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play mit World of Tanks. Ich hab auf jeden Fall, äh, Kettenfett geleckt und freu mich schon aufs nächste Let's Play. Ich bin Tim und ich bin raus. Und ich bin mir называется. Alpha. iPhone